Neu in diesem Jahr wird erstmals eine FDR ergebildet worden. Dieses Thema ist top aktuell und zeigt, dass für Amateure auch die neuesten digitalen Methoden für sich nutzen. Von altmodischen Museumsfanken kann also wirklich keine Rede sein. Die FDR ergebildet im WIGIST, ähnlich der Contest University, als eine Zusammenstellung von mehreren Vorträgen zum Thema FDR-Entwicklung geplant. Die genaue Zeitplanung wird auch auf der Webseite www.sdra-2015.di bekannt.